Hier bin ich im Spiegel. Oh ja, hier bin ich. Ja, hier, oh ja, da. Ja, nee. Ich hatte jetzt gerade einen super Einfall. Man sieht mich nicht, weil immer noch gesund ist. Ja, 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 es ist schon wieder viel zu dunkel hier, aber ich kann es leider gerade nicht ändern. Ich habe gerade einen Liedtext erschaffen und zwar für alle, die auf Adi enden, weil den ersten Buchstaben könnt ihr euch selber dazu denken. Wie wäre es denn mit einem K oder einem T? Beispielsweise, nur mal so ganz rein rhetorisch gesehen. Mein Arsch guckt raus. Ähm, wie war das jetzt? Ach ja, also, Name einfügen jetzt sofort, bestätigen, okay, also. Hm, du kleine dumme Kuh. Nein, wie war es? Ah, ficken, Arschlecken, Titten, Grabschen, Mösenlecken. Das war es nicht. Ähm, man sollte mich fühlen, wie ich gerade da stehe, Alter. Moment, kurze Ganzkörperansicht. Ja, hier ist ein Bein und hier ist ein Bein. Och ja, ich bin ja so emu. Nein, Mann. Also, du kleine dumme Kuh. Nein, das habe ich schon wieder falsch angefangen, es zu kotzen, ey. Ähm, 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 ähm. Da, 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 da. Oh, oh je! Nein! Weißt schon. Ding, ding, dingsi bumsi dingens Kirchen, äh. Ja, nein. Äh, New York, ne? Boston ist besser. Ha! Ähm. Also. That's for you, du kleine dumme Kuh. Ich lieb dir nicht so sehr. Doch jetzt nicht mehr. Weiter bin ich noch nicht. Aber vielleicht fällt mir da heute Abend noch was ein. Hm. Ich sehe gut aus. Die sind doch alle selber schuld, wenn sie mich nicht wollen. So sieht's denn nicht aus. Fuck you, fuck you, fuck you. Jeder, der mich abgelehnt hat, verpasst die Pflege in meinem Mund her. Ja, 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 ja. Hm. Da ist die Mutter. Jetzt werde ich sie lecken. Übrigens. Aufgrund mehrerer Beschwerden, dass ich ja noch nicht 18 sein sollte, würde ich jetzt gerne mein Auto in mein Zimmer reinfahren. Es funktioniert aber leider nicht. Deswegen zeige ich jetzt hier mal meinen Führerschein. Allerdings werde ich meinen Namen abdecken. Aus sicherheitstechnischen Gründen. Versuchen wir das alles abdecken. Jedenfalls so viel. Das bin ja wohl eindeutig ich. Mit 16. Und von dem her ist das mein Führerschein. Ja, ich bin über 18. Und ja, ich bin 19. Ach Gott, ich werde jetzt doch zum Kotzen. Jetzt guckt ihr Blöde. Ne 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 ne. Fuck you, fuck you. Fuck my asshole and you too. Wie kann ich denn weitermachen, ey? Das war so ein super Anfang von dem Lied, ja. That's for you, du kleine Domeku. Ich liebte dich so sehr. Doch jetzt nicht mehr. Du wolltest mich nicht haben, deswegen legst du dich schlecht zum Graben. Aber scheiße ist das schlecht, ey. Das ist genauso schlecht wie mein... Ich glaube, da war mal... Nee, das ist mehr so, ich glaub, da war mal irgendwie im Kindergarten so ein Lied, das ging so mäßig. Ding dong, die Hexe ist tot, dingeling, ding, ding, ding. Keine Ahnung, also falls das jemand kennt, äh... Call me and fuck me oder so, ne? Aber, ey, nee, halt. Ich hab echt so den Eindruck, dass ich das irgendwann mal im Kindergarten... gesungen hab oder so. Also ich kenn bloß noch der dicke Waldbär, ja. Und das ist sicher, dass das aus dem Kindergarten kommt, ja. Ich hab da nämlich Connections. Was machen wir denn da? Ach ja, übrigens, ja. Die, die ich in diesem Liede meine, ja, die... doofen Kuh. Das hab ich mir übrigens gekauft, ja. Ähm, um das mal anzugucken, weil das ja einer deiner Lieblingsfilme ist, ja. Und, ey, nee, man. Ich hab 5 Euro dafür bezahlt. Das ist voll ganz schön hart. Also ich mein, wenn man sich sonst so meine... meine Filme hier anguckt, so der hier, ja. Oder hier, die ganze Collection mit dem Gesicht innen drin. Ne? Also ich mein, ey, das geht mal gar nicht, ja. Jetzt hab ich hier so einen Schnulzenfilm rumhängen. Und weiß ich, was ich mit dem anstellen soll? Ich verkaufe mich für 3 Euro, wir bin haben, hä hä hä. Nee, echt nicht, ey. Das ist... Ey, ohne Scheiß, ja. Ja, ja, ihr Ganzen, die mich abgelehnt habt. Ja, Alter, das ist noch immer mehr rein, ja. Dann rühre ich mich um und fall mir die Nähe. Schade, ich glaub, das kann man nicht sehen. Das wär aber voll cool. Zurück zu den Nachrichten. Heute haben wir den... ...zwanzigsten, äh... ...Februar... ...2008. Die Theme. Kai ist mal wieder... ...auf eine kleine Dumme... ...Furze reingefallen. Aber... ...erst drüber hinweg, weil jetzt beginnt die Hass-Phase. Die Haters-Phase. Das ist die schlimmste von allen. Ich werde dich ignorieren. Ich werde kein Wort mit dir reden. Ich werde... ...dir freundlich die Hand geben, mich umdrehen... ...und meinen Arsch vorher abwischen. Mit dieser Hand. Ja. Das hab ich vor. Nur zur Ruf, dass morgen schon Donnerstag ist. Da hab ich nur noch einen Tag Zeit, um das Ganze zu planen. Hhhh... ...hhhh... 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 ...hhhhhhh... ...gebt mir Drogen... ...hhhh... ...wär das jetzt krass gewesen, wenn ich's mir ehrlich reingramt hätte. oder so? Hehehehe 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 Ja wisst ihr was, ey, ich will nicht total scheiße jetzt, weil diese ganzen blöden Frauen Ach also, tut euch mal, du blödes Du, du, du blödes Speckler da da Ne, weißt du schon, ey Ich find das nicht total hirnrissig blöden, blöden Pfotzen da Und, ey, weißt du schon, ey Wenn noch die nächste kommen, die mache ich Platte, die hab ich voll ein paar aufs Mal, ne Wo sie mal schackkriegen muss Dann sagts schon, ey, da hole ich dann Hulgen, entscheid mich, ey, weißt du, woher ist Weißt du, ey, weh Hey, alle, weißt du, Mann, ey Oh, dich meine Brüder Mach ich den kaputt, mach ich den Bestbuschläger, ey Irgendwie bring ich immer das Gleiche Fällt mir grad auf Aber irgendwie Ist mir das egal Hehehehe 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 Ich bin ein Arschloch Hehehehe Ich kann mir mal bitte Einer irgendeine runterhauen Bitte Brauch aber nicht das jetzt wieder online stellen Das ist doch zum Kotzen Und vor allem, das wird dann mal präsentiert vom Bier Ja, weil ich gar kein Trink Hehehehe Wie seh ich überhaupt aus, ey Es ist total zum Kotzen Schon wieder, ey Hehehehe Das müsste ich mal bringen Ich müsste mal auf dem Video furzen Ich muss aber grad nicht Verdammt Aber so willst du ja was, ne Ich glaube, ich genehme mich eben What the fuck is going on with my fucking mouth? No Ich glaube, ich geb mir jetzt dran Dutzend normale Bier aus und überhaupt meine Jacke Ey, ihr wisst schon, ey, ihr wisst schon Hehehehe 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 Ja Gott schau ich eklig alt aus von der Seite Und meine Haare lassen auch zu wünschen übrig Ihr könnt mich alle echt gern mal Ausschalten Hehehehe Hehehehe